Wir gehen gemeinsam einkaufen und ich zeige euch mal, was ich alles so geholt habe. Zuallererst Wörsingkohl für Wörsingchips, dazu habe ich auch gerade ein Rezept gepostet. Dann noch so ein Saft mit Orangeananas und Passionsfrucht, Erdnüsse für den Abend oder zwischendurch. No joke, wusstet ihr, dass Erdnüsse keine Nüsse sind? Kantoffeln für Smashed Potatoes, Dinkelbrötchen zum Frühstück und Freunde, ich bin momentan so aufstrichfanatisch. Das schmeckt so unfassbar krass. Haffermilch für Kaffee, wie schmeckt es in Kaffees besser? Dann ist Zeug von meinem Freund, Garnelen auch super lecker, Kürbis für Kürbiscremesuppe, das Rezept dazu ist auch schon online. Früchte Riegel, auch super geil, Gemüsebrühe für die Kürbiscremesuppe, mein Freund hat sich so eine Nordseekrabben ausgesucht, Creme Fresh für die Kürbiscremesuppe und natürlich eine Cola, die normale Cola schmeckt am besten. Proof me wrong.